In letzter Zeit werde ich oft gefragt, wie ich den Sound für meine YouTube Videos und Podcast Folgen stelle, weil ich ja nicht nur meine eigene Stimme aufnehme, sondern auch noch viele andere Quellen. Und die Vermutung war oft, dass ich das Signal über das kostlose Plugin Rearstream ganz einfach in OBS überschicke und da das Ganze zusammen mische. Und wenn wir uns mal OBS angucken, dann sehen wir hier habe ich auch mehrere Quellen, unter anderem das Mikrofon. Dann haben wir noch Reaper und Nuendo, das habe ich schon alles eingerichtet. Jetzt kann ich für jede Quelle die Lautstärke einstellen. Ich kann Quellen muten. Ich kann jetzt auch noch auf Filter gehen und ein Plugin auch noch einfügen. Jetzt habe ich hier zum Beispiel noch den Limiter drauf. Aber das mache ich gar nicht, sondern den Ton, den nehme ich anders auf. Und ich zeige jetzt mal die drei Tools, die ich dafür nutze. Das erste, das ist von RME TotalMix Effects. Also das ist die Oberfläche für mein RME Fireface. Ich liebe dieses Interface, super Wandler und super stabile Treiber. Wir haben hier zehn Eingänge, dann einen digitalen SBDF und zwei ADAT-Ein- und Ausgänge. Also 16 digitale nochmal, eins bis zwölf gehen fix auf meine Lautsprecher, weil ich hier Dolby Atmos habe. Also 714 und jetzt könnte man meinen, die anderen sind ja frei. Nee, die werden auch munter benutzt. Und zwar habe ich auf Analog 1.2 alles, was aus Chrome rauskommt. Und das wird dann hier über Loopback wieder zurückgeschickt. Wenn ich das jetzt nicht hätte, diese Funktion, dann würde ich zwei Kabel nehmen und diese Kabel zuerst in die Outputs stecken und dann wieder in die Inputs. Dann hätte ich quasi ein analoges, manuelles Loopback. Aber ich hätte einen Qualitätsverlust. Erstens habe ich eine doppelte Wandlung, digital auf analog und analog auf digital. Und dann nutze ich auch noch Kabel und dann auch noch Analogkabel. Und damit habe ich definitiv einen Qualitätsverlust. Und um das zu umgehen, aktiviere ich einfach Loopback und dann wird das Signal, was auf dem Output anliegt, durchgeschliffen und ich habe es auf dem Input digital ohne irgendwelche Wandlungen. Und das habe ich jetzt nicht nur hier. Ich habe das auf Analog 1.2. Ich habe das auf Analog 3.4. Wir haben das auf dem SPDIF-Kanal. Dann haben wir zum Beispiel ADA 1314. Auf ADA 1314, da wird alles gespiegelt, was aus Nuendo rauskommt, beziehungsweise auf dem linken und rechten Kanal. Dann auf ADA 1516, alles, was auf den Tues rauskommt. Das macht dann zum Beispiel Sinn, wenn ich parallel einen Downmix rausschicken möchte oder noch eine andere Mischung, die irgendwie parallel aufgenommen werden soll. Und das wird dann da aufgenommen. Also das ist mein erstes Tool. RME Fireface. Und hier RME Totalmix, die Software dazu und die Loopback-Funktion. Das zweite Tool, da geht es jetzt um die Aufnahme. Und da könnte man meinen, naja, das mache ich doch garantiert mit Nuendo. Das ist doch die DRW meiner Wahl, meines Vertrauens. Und ja, ich liebe es und arbeite damit. Aber ich kann den Ton hiermit eigentlich nicht aufzeichnen. Das ginge nur, wenn ich auf Aufnahme drücke und erst wieder auf Stop drücke, wenn die Aufnahme fertig ist. So läuft das bei mir meistens ja gar nicht, sondern wenn ich zum Beispiel ein Making-Off mache von einem Stück, dann spiele ich ein Teil an. Dann drücke ich wieder auf Stop, zeige eine Spur Solo und dann zeige ich, wie das Ganze klingt ohne Plugins und wieder mit Plugins. Also es wird dauernd auf Stop und Play gedrückt und ich lasse es nicht durchgängig laufen. Und deswegen könnte ich hier nicht noch parallel meine Stimme aufnehmen. Und vor allen Dingen, was ist da noch mit den anderen Quellen? Deswegen kommt mein zweites Tool zum Einsatz und das ist nämlich Reaper. So, jetzt können wir auch die ganzen Spuren in Reaper sehen, die hier aufgenommen werden. Als erstes haben wir den Nuendo Out. Also alles, was ich jetzt hier in Nuendo mache, das wird hier abgespielt und ich spiele es mal eine Harfe und dann müssen wir auch da den Ausschlag sehen. Also er ist nicht riesig, aber er ist da. Auf der zweiten Spur wird meine Stimme aufgenommen. Wen wundert's? Auf der dritten Spur der ganze System-Sound. Also wir haben da zum Beispiel Spotify, den VLC-Player und alles andere, was rübergeschickt wird. Das vierte heißt VoiceMeeter. Da geht es um den Online-Sound und was ich da mache und wie ich den Online-Sound mache, das werde ich nochmal zeigen. Aber da kommt das ganze Signal zurück aus den ganzen Konferenzen. Also wenn wir zum Beispiel arbeiten mit Zoom-Teams oder anderen Tools, das wird alles da aufgenommen. Ist auf der einen Seite wichtig, wenn ich Interviews habe. Der Ton muss ja auch irgendwie aufgenommen werden. Aber auch wenn mein Coachee aus einem Coaching eine Aufzeichnung haben möchte. Ja, Zoom zeichnet auch Bild und Ton auf. Dummerweise nur in Mono. Der Stream ist Stereo, aber die Aufzeichnung ist nur in Mono. Und wenn jemand sagt, er möchte hier nochmal wirklich den Stereo-Sound haben. Ja, das ist ein bisschen Aufwand. Aber dann wird es eben nochmal hier parallel aufgenommen und am Schluss einfach exportiert als Stereo-Sound. Und dann wird der Sound in Zoom ausgetauscht. Und dann hat man wirklich eine fantastische Aufzeichnung in toller Bild- und Tonqualität. So, dann haben wir hier Trigger. Da sehen wir die ganze Zeit, die Wurst durchläuft. Gehen wir später noch drauf, was das ist. Dann haben wir als nächstes Chrome. Das ist vor allen Dingen dann interessant, wenn wir Konferenzen haben und mir der Gesprächspartner seinen Mikrofonsound über Zoom zum Beispiel zuspielt. Aber dann muss ich ja auch noch das hören, was in der DAW passiert. Und da gibt es ja mehrere Tools, unter anderem zum Beispiel Audio Movers Listen To. Und das läuft dann wieder über Chrome und muss auch hier aufgezeichnet werden. Und dann wird auch noch aufgezeichnet der Nuendo Cue. Also für den Fall, dass ich den Cue-Mix, den ich extra noch erstelle, dass der auch noch aufgezeichnet wird. Also das ist mein Tool, mit dem ich den Sound hier immer aufzeichne. Und wenn ich fertig bin, habe ich die Wave-Files alle separat und kann damit wunderbar arbeiten. Das ist jetzt also mein zweites Tool. Mein drittes Tool ist dann wiederum Nuendo, also der große Bruder von Cubase. Und hier werden die ganzen Spuren dann reingezogen. Ich gucke erst mal bei meiner Stimme, ob die wirklich den richtigen Pegel hat. Also wir gucken hier immer, dass wir auf minus 16 L of S kommen. Und dann kann ich gucken, dass die ganzen Spuren in sich auch vernünftig gepegelt sind. Nicht, dass die Musik, die ich abspiele, zu leise oder zu laut ist. Das wäre ein bisschen schade. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Trigger-Signal, zu der Wurst, die man hier in Reaper sehen kann. Was die eigentlich soll. Ich habe bei mir immer die Lautsprecher an. Und mir fällt es total schwer, wenn ich jetzt mit Kopfhörer arbeite, dann noch irgendwie zu sprechen. Und ich arbeite sowieso so gut wie nie mit Kopfhörer. Und das hat dann natürlich zur Folge, wenn ich hier was über die Lautsprecher laufen lasse, dass man den Ton auch über das Mikrofon hört. Und das ist natürlich nicht gut. Man hört das Signal also doppelt. Und über das Mikrofon hat man auch noch eine Laufzeit, hat Raum, hat dann Phasenauslöschungen. Also das wäre nicht gut. Das ist der erste Grund, warum ich das Mikrofon aushaben möchte, wenn ich nicht quatsche. Es soll nur an sein, wenn ich rede. Der zweite Grund ist das Geklapper hier. Ich spiele jetzt nochmal die Harfe. Klang wunderbar. Aber jetzt lasse ich mal ein Mikrofon auf. Und das war jetzt die große Tastatur vor mir, also die 88 Tasten Hauermechanik. Jetzt kann man sagen, ja, dann nimm doch mal die Tastatur, die vor dir steht. Die kleine mit den Plastiktasten, das Kork taktil. Alles klar. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen fester oder lauter spiele. Kommt dann nicht so toll, oder? Wenn ich sage, so, jetzt zeige ich euch mal ein paar schöne, softe Sounds. Und dann hat man die ganze Zeit dieses Geklapper drin. Und das war mein Anspruch, dass das einfach nicht sein soll. So, wie habe ich das ganz am Anfang gemacht? Ganz am Anfang habe ich das wirklich erstmal händisch gemacht. Das heißt, an Stellen, wo ich gesagt habe, hier, da spiele ich. Da gehe ich jetzt hin und schneide den Ton einfach weg. So, bam. Das ist natürlich extrem zeitaufwendig. Jetzt kann man natürlich sagen, jo, dann nimm doch einfach mal ein Gate. Ja, habe ich natürlich probiert. Ich bin erstens kein Freund von Gates, weil ich das ja nicht unter Kontrolle habe. Wenn man Hintergrundgeräusche hat, dann sind Gates auch nicht so schön, weil die dann wieder weg sind, die Hintergrundgeräusche. Und wieder da, auch mitten in der Stimme, auch wenn ich eine Pause habe. Kann ja sein, dass man auch Spannungspausen hat. Also, das war der erste Grund. Aber der zweite Grund war, dass es nicht funktioniert hat, weil die Geräusche von diesen Tastaturgeräuschen einfach so laut gewesen sind, dass sie teilweise das Gate angetriggert haben. Also, das hat für mich nicht funktioniert. Und wenn man jetzt von mir in die Signal Chain reinguckt, bei den Plugins, dann sieht man, hey, ich habe ja trotzdem ein Gate drin, obwohl ich überall immer predige, kein Gate auf der Stimme. Warum? Ich habe hier ein Gate, was aber manuell angetriggert wird. Das funktioniert so, dass ich ein Fußpedal habe. Und dieses Fußpedal geht vorne in mein Kork-Taktil rein. Da wird der Controller aber umgeändert von CC64 auf CC63. Nicht, dass ich mit diesem Pedal aus Versehen irgendein VST-Instrument auch noch ansteuere und das hängen bleibt. Aus CC63 wird jetzt ein neuer Event kreiert, ein neues Event. Und zwar sind wir jetzt hier in dem MIDI-Kanal Eingangsumwandler. Aus dem Controller wird ein Noten-Event erstellt. Wir haben als Player den Retrolog, wobei das völlig egal ist. Ich habe hier einfach nur das Plugin reingeladen mit einem Sägezahn. Das reicht mir auch schon. Der Sound spielt keine Rolle. Also man könnte alles hier reinballern. Und dann passiert folgendes. Wenn ich jetzt das Fußpedal drücke, dann wird dieser Sägezahn erzeugt. Ich lasse mal los, dann sehen wir, dass der Pegel hier abfällt. Und wenn ich drücke, haben wir diesen Pegel wieder. Aber ich kann das ja gar nicht hören. Will ich auch gar nicht. Das ist ja so ein Sägezahn. Und das geht auf den Ausgang Trigger. So, den haben wir etwas weiter rechts. Da. Da ist der Ausgang Trigger. Und der wird jetzt die ganze Zeit parallel weiter aufgezeichnet in Reaper. Und wenn ich jetzt hier reingehe in so eine Aufnahme, dann können wir hier zum Beispiel sehen, ich habe immer, wenn ich spreche, zuerst das Pedal gedrückt. Und dann rede ich zuerst. Dann haben wir ein Gate. Und dieses Gate bekommt das Trigger-Signal über den Sidechain-Eingang, über Zoom-Trigger. Eigentlich müsste es Trigger heißen. Mittlerweile ist es nur Trigger. Früher waren das zwei Signale. Kriegt also hier das Trigger-Signal da drüber. Und dann geht das Gate automatisch dann an, wenn ich spreche. und hört dann auch auf, wenn ich fertig bin. Wichtig natürlich, ich muss das Pedal richtig gedrückt haben. Ja, und somit kann ich dann ziemlich schnell den Sound erzeugen. Am Ende wird das Ganze als Tonpfeil exportiert. Kommt dann nochmal meine Filmschnitt-Software. Das ist Filmura von WandaShare. Und da wird der Schnitt dann nochmal gemacht und der Sound ausgetauscht. Wenn ich dir helfen konnte, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wenn du noch weitere Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir doch sehr gerne. Und oben rechts siehst du ein Video mit 17 Tipps, was du machen kannst, wenn aus Cubase kein Ton rauskommt. Und vor allen Dingen jetzt nicht nur, was das Problem sein kann, sondern auch die Lösung dazu. Bis zum nächsten Mal. Ciao!